Nächster Agenda-Punkt hier. Was machst du denn hier? Was soll denn die Nummer auf Twitter? Jetzt noch schnell Tipps holen von Tapsen, bevor er rasiert wird. Ach du willst wirklich das Match? Hallo. Okay, gerne. Hast du Zeit? Ja, wir gehen in den Wutkernraum. Ich habe jetzt in 20 Minuten das nächste Meeting, aber das kriegen wir schon hin. Fünf Minuten reichen für dich. Okay, auf geht's. Daniel, kommst du auch gleich? Ich warte schon. Ich habe Probleme mit meinem Steam-Account. Irgendwie kann ich mich nicht einloggen. Das ist ultra nervig. Ich habe das seit zwei Jahren nicht gemacht. Da hat sich so viel geändert. Keine Ahnung. Aber dass du schon Probleme alleine beim Einloggen hast, war zu erwarten. Marc, kannst du mir vielleicht hier mal kurz helfen? Ja, klar. Das ist irgendwie mein Passwort und Steam Guard und Handynummer. Ich krieg das nicht mehr hin. Ich will ja nicht gegen Stefan hier spielen, in den 10 Minuten platt machen, weil ich muss auch bald in das Meeting rein, weißt du? Ja, klar. Mann ey. Oh, was ist denn? Du musst akzeptieren, es passt nicht so weit. Es passt alles. Ja, sieht gut aus. So, das Ding ist ready, Chef. Alles klar, danke Marc. Gute Arbeit. Ja. Kannst du losgehen. Jo, voll nice, dass ihr das macht. Kannst du bei dir auch? Ne, bei dir passt schon. Äh, jetzt. Ja, passt schon. Alles klar. Okay. Danke, danke dir. So, wo ist er denn? Mal gucken. Ach, das ist Stefan. Guter Versuch, aber hat nicht funktioniert. Hä? Was sind die jetzt ja gerade? Du bist doch gar nicht hochgesprungen. Du schummelst doch schon wieder. Wie hattest du Diablo, ohne hochzuspringen? Stefan, was ist los? Nein. Ey, nicht meine Tastatur, nicht meine Maus, nicht mein PC. Deine Optimierung. Alles ausgeht. Du bringst ja gleich noch ausgeht wie die Spieler. Ja, ja. Word-Excel, ne? Ey, nur Gesicht. Du machst nur Gesicht. Du hast noch keinen Körpertreffer Alter. So gut kann keiner zielen. Ja, ja, komm mal. The Taurus Twin. Ey, ja, ist klar. Scheiße. Ja, Stefan, netter Versuch. Aber ich glaube, du musst noch ein bisschen üben. Ja, nee. Hier, rausch. Nee, nee, mach ich jetzt nicht. GEC ist tauschen. Nein, GEC ist tauschen. Nee, nee, ich muss jetzt ins Meeting gleich. Ich habe auch noch, also ich habe ein paar wichtige Meetings jetzt. Ich glaube, du solltest noch ein bisschen üben und dann können wir uns im halben Jahr noch mal treffen ungefähr. So viel Zeit brauchst du, denke ich. Du, ich muss los. Wie gesagt, übe noch ein bisschen. Wir können uns dann den Nächsten noch mal betteln, aber so macht das ja gar keinen Sinn. Man sieht gleich. Tschau. Hey, du hast andere Talente. Du musst ein bisschen trainieren. Alter, hier. Er hat doch geschieden. Wie hat er nur gewonnen? Alter, der hat jahrelang nicht gespielt. Wie? Ich muss trainieren. Ich muss trainieren. Und wie willst du das machen? Ey, was zur Hölle? Was bist du ein Fünfvogel? Counter-Strike ist ein sehr komplexes Spiel, Stefan. Wenn du wirklich besser werden willst, brauchst du eine klare Führung. Ey, was machst du in meinem Autoabflug? In meinem Leben hatte ich schon sehr viel mit Counter-Strike Spielern zu tun. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Aber an sich wirst du immer Erfahrungen dazu bekommen. Aber was ich gerade bei dir gesehen habe, war eine klare Niederlage. Krasse Niederlage? Hast du das Spiel gesehen? Ich bin doch, ich kann doch Counter-Strike spielen. Ich bin doch voll gut. Der hat geschummelt. Wenn du wirklich besser werden möchtest und wirklich daran glaubst, dann zeige ich dir die hohe Kunst von Counter-Strike. Aber, ey, mal ehrlich, wer bist du denn eigentlich? Ich kann ja dein Gesicht nicht mal sehen. Was soll denn dieser Mr.Miyagi-Kram hier? Slam, willst du wissen, wie man perfekt Ferrari piekt? Wie man One-Way-Smokes perfekt wirft? Bist du bereit dafür, alles zu investieren? Ja! Sensei, ja! Das will ich, genau das will ich. Das wird nicht einfach für dich werden. Du wirst wahrscheinlich dir auch nicht alles verstehen. Aber alles hat einen größeren Sinn. Und noch was. Nenn mich nicht Sensei. Nenn mich... Dude. Ey, geil, Dustin! Lange nicht gesehen, krass! Ey, hätte ich voll Bock drauf. Richtig geil. Du lass uns gleich losfahren. Aber wie? Hä? Dustin? Hä? Der, warte... Zum... Komisch. Hättest du schwärgen können das denn? Weil hier... ...nachher mal anrufen. Und... ...und... 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 ...und...